Jö, 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 kleine Missgurten, kleine Weißheit, bleib scheiße mit Free. Ich muss gleich auf die Arbeit, aber ich hab mir gedacht, ey Free, lass dich mal nicht klumpen, lass noch einen fahren, einen Weißheit, weißt du? Die Weiße von heute ist Aussehen, das Äußere von einem Mensch. Das ist nichts weiter als Fleisch und so Fleischklumpen, Alter. Unsere Haut, unser hier, Nase, Gesicht, das ist alles nur Fleischklumpen. Richtig eklig. Ich hasse das, Mann. Ich hasse das.